So, herzlich willkommen heute Abend zu dem Talk. Ich sehe, also bin ich du. Wer von euch hat meinen Kongressvortrag schon gesehen? Okay, es wird nicht besonders viel Neues geben. Ja, eigentlich wollte ich auch gar keinen Vortrag halten. Ich wurde mehr oder weniger gezwungen, aber ich habe es noch ein bisschen noch, also zum Kongress war es ja auch so, dass da durchaus in der Q&A-Session irgendwie noch ein paar Ideen rübergekommen sind, beziehungsweise ich ja auch vorher gesagt habe, dass ich über manche Sachen einfach oder manche Ideen noch nicht mit irgendwie präsentieren darf, weil wir endlich noch ein Paper drüber schreiben wollten. Hat sich dann alles erledigt und deswegen ist dieser Vortrag leicht abgewandelt und die Slides sind zumindest in Englisch, weil ich den irgendwie auch woanders schon mal gehalten habe. Ja, aber nichtsdestotrotz, ich würde einfach mal anfangen. Und zwar geht es heute um Biometrie, wie üblich bei mir. Und im speziellen Fall geht es um nicht so sehr das Hacken der biometrischen Merkmale selber, sondern um das Aufnehmen der Merkmal an Menschen, um damit dann halt später die biometrischen Merkmale zu überwinden. Also es ist ja mal so ein zweigeteiltes Szenario, dass man halt erst mal von der Person irgendwie ein Glas klauen muss oder wie auch immer, halt um an den Fingerabdruck zu kommen. Und im zweiten Schritt baut man dann eine Attrappe, um das System zu überwinden. Und der Vortrag heute ist tatsächlich größtenteils auf den ersten Schritt gemünzt. Stammt teilweise aus einem Paper, was ich zusammen mit meinen zwei Kollegen geschrieben habe, deswegen hier auch die zwei anderen Finger da, mit Ronny Hensch und Tobias Fiebig benannt. Und dieses Foto ist total super. Das stammt nämlich von einem Plakat, was ich bei meinem Arbeitgeater gefunden habe, kurz bevor ich den Vortrag gemacht habe, Ende letzten Jahres. Und das beschreibt halt einfach mal wunderbar, warum oder irgendwie was das Problem überhaupt ist. Die Leute, die den Vortrag ja schon gesehen haben, die kennen so ein bisschen. Ich habe versucht, so einen Spannungsbogen aufzubauen. Das heißt, ihr wisst schon, warum diese Bilder von Fingerabdrücken vielleicht nicht so die coole Idee sind. Für alle anderen könnt ihr dieses Bild so ein bisschen im Hinterkopf behalten und dann einfach mal am Ende des Vortrags überlegen, warum denn gerade dieses Poster irgendwie so passend für diesen Vortrag war. Neben dem Fingerabdruck-Erkennungssystem werde ich mich noch mit zweiten biometrischen Merkmalen, und zwar der Gesichtserkennung und der Iriserkennung beschäftigen. Die drei zusammen haben einen Marktanteil, was biometrische Systeme betrifft, von deutlich über 90 Prozent, also irgendwie sowas 95 Prozent. Also wenn man die einmal kaputt gemacht hat, hat man irgendwie eigentlich so die Biometriebranche über den Biometriemarkt aufgemischt. Und zusätzlich, beziehungsweise nicht ganz zum Schluss, sondern in der Mitte zwischen und drinnen gibt es noch eine besondere Art von Keylogger. Über die Idee sind wir halt während der Arbeiten gestolpert. Und ich werde mich auch nicht so strikt an die Reihenfolge halten, sondern ich habe versucht, wie gesagt, so ein bisschen Spannungsbogen aufzubauen. Und der Spannungsbogen, beziehungsweise die Story, an der ich mich so ein bisschen entlanghange, ist, dass wir immer ein bisschen größeren Abstand zwischen das biometrische Merkmal und den Angreifer selber bringen. Und die nächste, oder der minimale Abstand sozusagen, ist in dem Bild relativ gut dargestellt. Das Bild ist kurz nachdem Apple 2013 das iPhone 5S mit dem Fingerabdrucksensor irgendwie drauf auf den Markt gebracht hat, irgendwie aufgetaucht. Und ja, es ist einfach irgendwie zu göttlich, um es irgendwie nicht benutzen zu wollen in einem Vortrag. Ja, so prinzipiell, wenn ihr Fragen, Anmerkungen, Diskussionsbedarf habt, irgendwie am besten einfach reinreden und sich melden. Dann ist das auch ein bisschen lockerer, als wenn ich irgendwie nur von vorne mein Zeug irgendwie runterrassle. Genau, das Bild hat ja durchaus auch einen sinnvollen Hintergrund. Und zwar erstmal hier minimaler Abstand von dem biometrischen Merkmal selber und dem Angreifer, also sozusagen direkter Kontakt. Und es mag irgendwie auch nicht wirklich problematisch sein, wenn es tatsächlich darum geht, dass irgendwie die Tochter ihr neues Spiel aufs Telefon von ihrem Dad haben will und so praktisch irgendwie auf seine Kosten Spiele einkauft. Hat aber durchaus auch einen sehr ernsten Hintergrund. Und zwar, wenn man die US, also die USA betrachtet. Und zwar im Speziellen geht es darum, dass mehr oder weniger auch kurz nachdem Apple mit diesem iPhone 5S auf den Markt gekommen ist, einfach mal sich auch die Politik plötzlich für, oder nicht plötzlich, aber irgendwie auch vermehrt mit Biometrie zu beschäftigen hatte oder irgendwie einfach beschäftigt hat. Weil halt einfach jetzt plötzlich nicht mehr irgendwie nur jeder 5000, jeder 5000. Mal irgendwie so ein System benutzt hat, sondern irgendwie tatsächlich, keine Ahnung, 20% der Bevölkerung irgendwie plötzlich Biometrie täglich benutzen. Und der Supreme Court hat 2014, wie gesagt, geurteilt, dass Fingerabdrücke nicht unter Fifth Amendment fallen. Also wer Fifth Amendment noch nicht kennt, das ist halt, du kannst halt nicht dazu gezwungen werden, beziehungsweise Aussagen zu treffen, die dich selbst belasten, so in der Art. Und was sie getan haben, ist, sie haben den Fingerabdruck sozusagen, also in ihrer Argumentationsschrift für das Urteil haben sie den Fingerabdruck mit einem Schließfach, einem Schließschrank verglichen und gesagt, dass eine PIN, also wenn man ein Zahlenschloss zum Beispiel hätte, eine PIN unter das Unique Knowledge derjenigen Person fällt. Das heißt, sie kann nicht dazu gezwungen werden, ein Testimonial, also irgendwie das preiszugeben, um sich selbst zu belasten. Im Gegensatz dazu haben sie aber Fingerabdrücke mit einem normalen Schlüssel verglichen. Das heißt, irgendwie ein Schloss mit einem Schlüssel dran. Und da ist es so, das ist halt irgendwie Physical Evidence. Und irgendwie, wenn es das gibt, dann kann die Polizei es benutzen. Und genau auf der Grundlage haben sie dann halt beschlossen, dass halt, wenn du in die USA einreist oder in den USA Probleme mit der Polizei oder mit irgendwelchen anderen Behörden hast, dass die dich halt durchaus zwingen können, deinen Finger auf das Telefon zu legen. Wie das jetzt im Einzelnen aussehen würde, weiß ich nicht. Weil da gibt es ja irgendwie auch so Sachen mit, du darfst dem Beschuldigten irgendwie keine Gewalt zufügen. Es gibt auch, glaube ich, noch keinen Fall, wo das tatsächlich umgesetzt wurde. Aber auf jeden Fall, da können wir noch gewisse Dinge erwarten. Juti, das war sozusagen minimaler Abstand. Jetzt gehen wir einfach mal ein Stück zurück. Und zwar einen Schritt zurück, was der Abstand von der Biometrie oder von dem Merkmal und dem Angreifer betrifft. Und auch ein Stück zurück in der Zeit. Und zwar ist das 2008 gewesen, als, das war also relativ kurz, also irgendwie zwei Jahre oder so war es, nachdem in Deutschland und in Europa der biometrische Reisepass eingeführt wurde, wo halt die Gesamtbevölkerung praktisch per Gesetz gezwungen wurde oder gezwungen wird immer noch, ihre Fingerabdrücke abzugeben, zumindestens, solange sie reisen wollen. Also das betrifft auch tatsächlich nur den Reisepass und nicht den Personalausweis. Aber wir können uns sicher sein, dass irgendwie auch für den Personalausweis früher oder später das zwangsweise passieren wird. Und zwar genau aus dem Grund, weil es natürlich einfach auch im Interesse der Politik ist, das zu tun. Und halt so Aussagen, wie wir werden das garantiert nie machen, wissen wir irgendwie auch am besten, dass das bei Politikern nicht besonders viel zu sagen hat. Das beste Beispiel auch aus dem Bereich Biometrie ist gerade in der deutschen beziehungsweise in der europäischen Grenze, also außer europäischen Grenze, wo es inzwischen an vielen Flughäfen einfach automatische Terminals gibt. Ich weiß nicht, wer von euch das schon mal benutzt hat. Also da geht es halt wirklich darum, dass du mit deinem Ausweis irgendwie hingehst, den Pass auflegst und der die Bilder aus dem Pass ausliest, die biometrischen Merkmale und dann eine Kamera ein Gesichtsbild von dir aufnimmt und halt nur anhand der digitalen Überprüfung jetzt sagt, irgendwie du bist der Besitzer des Passes beziehungsweise derjenige, auf den der Pass ausgestellt wurde und dich dann automatisch durchlässt und einreisen lässt. Da war es auch so, dass sie zu Beginn der ganzen Kampagne auch gesagt haben, es wird niemals passieren, das ist immer nur Additional, die Biometriesachen und es gibt immer noch einen Beamten vor Ort an der Grenze, der halt die manuelle Kontrolle durchführt. Das ist halt irgendwie, wie gesagt, es hat keine zehn Jahre gehalten und schon ist die Meinung nichts mehr wert. Zu dem Fall jetzt im Speziellen, also es geht halt hier um Hacker, Klauen, Fingerabdrücke von Schäuble, hatte ich ja schon erwähnt, 2008 und da begab es sich, dass der Herr Schäuble damals noch Innenminister die katholische Fakultät der Humboldt-Universität eröffnet hat und dort eine Rede gehalten hat, also wie das Politiker halt irgendwie öfter mal tun und wie das bei so Reden am Podium üblich ist, hat man ein Getränk dabei und wenn man daraus trinkt, festet man das durchaus auch an und wenn man so Sachen wie Gläserflaschen, also halt alles, was glatte Oberflächen hat, irgendwie anfasst, dann ist die Chance relativ hoch, dass man da verwertbare Fingerabdrücke darauf hinterlässt. Also Fingerabdrücke im Sinne von Fettrückstände, die normalerweise halt von der Haut produziert werden und halt an Oberflächen haften und dadurch, dass sie dort haften, zeichnen sie praktisch genau diese Fingerlinien, also wie es hier auf der rechten Seite zu sehen ist, halt genau diese Fingerlinien zeichnen sie halt oder übertragen sie praktisch vom Finger auf die Flasche. Die kann man dann sichtbar machen und das erzähle ich euch gleich, wie das geht. Und zu der Story selber, also er hat halt aus dem Glas getrunken und wir haben es dann tatsächlich irgendwann geschafft, nach echt langer Verpeilungszeit, dieses Glas uns dann doch mal zu besorgen und haben dann halt die Fingerabdrücke sichtbar gemacht. Ich war kurze Zeit später noch mit dem Herrn Zierke damals, der ist BKA-Chef oder zumindest damals gewesen, auf einer Konferenz und aus irgendwelchen Gründen hatten wir uns zum Kaffee getroffen und da saßen halt so ein paar Leute noch am Kaffeetisch und sie alle ließen ihre Kaffeetassen stehen und er war der Einzige, der wirklich seine Kaffeetasse mitnahm und irgendwie in die Küche brachte oder wohin auch immer und sie auch die ganze Zeit über nicht aus den Augen ließ und auch später auf dem Podium halt immer wieder so auf uns, also ich war mit Konstanze da und irgendwie auf seinem Wasserglas nee, lieber nicht. Also das war schon echt bizarr. Und auch zum Thema Schäuble, also er hat ja in der, und das war sozusagen so einer der ersten Meldungen, irgendwie, dass wir gezeigt haben, was wir geklaut haben, war auch in der Datenschauer gewesen und der hat natürlich, also er hat dann auch drauf reagiert und er meinte so ganz locker irgendwie in dem Interview mit einer Zeitung, ja, ist mir doch egal, irgendwie die Hacker kann wirklich meine Fingerabdrücke haben, also so nach außen auf jeden Fall, sich sehr locker gegeben, aber intern hat es da wohl ganz schön gekracht und ich weiß nicht, wer Schäuble kennt oder irgendwie schon mal gesehen hat, wie er teilweise mit seinen Untergebenen umgeht, also der ist halt übelster Choleriker und also ich will da echt nicht im Raum gewesen sein zu dem Zeitpunkt. Gut, soviel zu der Vorgeschichte, jetzt mal ein bisschen ins Detail gehen, wie das wirklich funktioniert, wobei ich da glaube ich gar nicht mehr viel zu sagen muss, irgendwie habe ich schon in diversen Vorträgen gesagt und die meisten Leute kennen das dann irgendwie auch aus Kriminalfilmen, was auch immer. Hier oben ganz kurz Pinsel, was ich vorhin schon meinte, die obligatorische Mateflasche, glatte Oberfläche mit Fettrückstand drin. Man macht halt ein bisschen Farbpulver rauf, verstreicht das mit dem Pinsel und die Farbpartikel haften an dem Fett und man kann dann halt irgendwie ein Foto davon machen. Also man kann halt auch von dem, also ohne Farbpartikel ein Foto machen, also die Farbpartikel sind dazu da, um praktisch den Kontrast zu erhöhen. Es geht auch so mit passenden Beleuchtungseigenschaften, also hier ist zum Beispiel optimal, wer von euch ein Telefon in der Tasche hat, nimmt das doch einfach mal raus, macht mal irgendwie einen Fingerabdruck rauf und dann halt das mal so ein bisschen schräg ins Licht hoch und man sieht halt so echt wunderbar, wie man da superschöne Fingerabdrücke hinterlässt. Und ja, hier Displayhandy und sowas kommen wir später auch gleich nochmal zu. Vorher noch die zweite Möglichkeit, wie man Fingerabdrücke, also den Kontrast erhöht, ist mit Cyanioacrylat, Bestandteil des Sekundenklebers. Also halt auch wieder kann man in den Laden gehen für zwei Euro sich so eine Dose kaufen und dann irgendwie lustig die Sachen machen. Und wie das Ganze funktioniert, werde ich jetzt gleich mal per Audio und Video versuchen einzuspielen, beziehungsweise das erklären zu lassen. Also ich habe versucht, so ein bisschen Multimedia noch in den Vortrag reinzubringen. Und das ist jetzt hier aus Eddie Murphy. Also es ist keine Magic, wie er schon gerade so schön sagte. Stimmt auch nicht so ganz. Und zwar will ich nochmal kurz genau auf das Bild eingehen. Also das ist halt das, was er gezeigt hat. Dort sieht man den Fingerabdruck in der grünen Kappe, hat er vorher den Sekundenkleber reingemacht und hat es halt einfach ausgasen lassen. Stimmt in zwei Fällen nicht. Also so die Erklärung prinzipiell war richtig. Der Sekundenkleber verdampft, lagert sich irgendwie an die Fettrückstände an. Und man kann es dann halt die Kontrast erhöhen. Was in dem Fall nicht stimmt, ist, dass es einerseits nicht schwarz wird, sondern weiß, die Rückstände. Also halt genauso wie hier unten in dem linken Bild. Und auf der anderen Seite auch nicht auf Papier funktioniert, sondern halt tatsächlich nur auf glatten Oberflächen, Gläserspiegeln, Flaschen, wie auch immer. Aber sonst war das tatsächlich korrekt. Aber das heißt nicht, weil das hier gezeigt wurde, dass man nicht auch von Papier Fingerabdrücke abnehmen kann. Und da gibt es zwei Varianten, die ich hier mal kurz dargestellt habe. Irgendwie auch selber ausprobiert alles. Und zwar auf der linken Seite ist ein sogenannter Aminosäureindikator. Also kennt man vielleicht irgendwie aus der Biochemie. Da gibt es halt irgendwie so im Körper Aminosäuren unter anderem. Und die Aminosäuren sind halt nicht nur im Körper, sondern irgendwie irgendwann auch später außerhalb des Körpers. Das heißt, mit dem Fett, was man irgendwie hinterlässt, hat man auch Aminosäuren, die man dort irgendwie hinterlässt. Und in der Biochemie ist es so, dass sie halt sehr gut damit umgehen können, mit kleinen Probenmengen gute Ergebnisse zu erzielen. Und da ist es so, dass halt auch wirklich nur minimale Aminosäurespuren reichen. Und dieser Aminosäureindikator sich da halt irgendwie anlagert und irgendwie so ein super tolles, pinkes, lilanes Abbild liefert. Und das funktioniert in der Tat erstaunlich gut. Also ich hätte nicht gedacht, dass man durchs Anfassen auf einem Blatt Papier und irgendwie auch so mehrfach Anfassen, ich habe auch mal so ein paar Tests reingemacht, man hinterlässt halt immer ausreichend oder ziemlich viel Fingerabdrücke oder Fettrückstände oder Aminosäurerückstände in dem Fall, dass man sie natürlich trotzdem noch sichtbar machen kann. Und von daher, falls ihr mal in die Verlegenheit kommt, also im Digitalzeit-Ether vielleicht nicht mehr so verbreitet, Wansom-Notes, also Erpresserbriefe zu schreiben, so richtig auf Papier und so, solltet ihr auf jeden Fall Handschuhe tragen. Und ihr solltet auch auf jeden Fall diese Handschuhe später ordentlich entsorgen, weil halt gerade, wenn es halt so Latex-Handschuhe sind, man auf der Innenseite der Handschuhe auch wunderbar selber die Fingerabdrücke wieder hinterlässt. Hast du Untersuchungen gemacht, wie sich Fettrückstände auf die Untersuchungen auswirken? Nee, habe ich tatsächlich nicht gemacht, aber wie ich so die Chemie dahinter verstehe, sollte das auf jeden Fall helfen, die Fettpartikel wegzubekommen. Ich meine, sobald du halt anfängst zu schwitzen, also das geht relativ schnell, und gerade so was dieser Aminosäuren, also ich war halt wirklich schwer beeindruckt, wie wenig dort Rückstände noch reichen, um das irgendwie sichtbar zu machen. Also du wirst ein bisschen Zeit haben, danach irgendwie was machen zu können, aber spätestens nach irgendwie einer Viertelstunde oder sowas, denke ich mal, ist es dann auch wieder vorbei damit. Aber zum Thema, weiß jemand eigentlich, wie lange ich Zeit habe und ob danach noch was? Haben wir eine Stunde? Okay, na gut, dann gibt es die Story nicht. Vielleicht, ja, das wollte ich wissen. Und zwar habe ich sicherlich auch schon mal auf irgendeinem Vortrag erzählt, war das auch damals zum Thema elektronischer Reisepass, wo wir uns natürlich auch Gedanken gemacht haben, wie man denn am sinnvollsten versuchen kann, zu verhindern, dass die Fingerabdrücke im Einwohnermeldeamt irgendwie abgenommen werden können. Und wir sind zu dem Ergebnis gekommen, dass auch da wieder Sekundenkleber sich total wunderbar eignet. Und zwar, indem man einfach den Sekundenkleber auf die jeweiligen Fingerabdrücke raufmacht. Und muss man halt mal irgendwie gemacht haben, also ein bisschen vorsichtig sein zum Anfang, nicht, dass man nachher irgendwie so rumlaufen muss. Aber wenn man das vorsichtig macht, dann hat man tatsächlich eine relativ dünne Schicht auf dem Finger, die zumindest auf den ersten Blick nicht auffällt. Also sie glänzt halt ein bisschen mehr als der Finger normalerweise. Aber da kann man vermutlich mit irgendwelchen Kosmetikartikeln noch nachhelfen, und dass das nicht mehr so ist. Und zusätzlich, dass es halt nicht auffällt, hat es auch noch den Vorteil, dass es tatsächlich die gängigen Sensoren daran hindert, Fingerabdrücke aufzunehmen. Und die Story dahinter ist, dass wir das irgendwie auch im Einwohnermeldeamt probiert haben damals. Eine Freundin von mir meinte, irgendwie kurz 2005, als es losging, sie bräuchte jetzt irgendwie auch mal einen neuen Pass und sie würde das gerne mal machen. So aus Spaß an der Freude. Und da haben wir es halt genauso gemacht. Ich bin halt vorher zu ihr hin mit einem Sensor und einem Sekundenkleber, haben ihre Finger präpariert, haben irgendwie nochmal aufgelegt auf den Sensor um sicher zu sein, dass auch wirklich nichts zu sehen ist. Und damit ist sie zum Einwohnermeldeamt gegangen. Und die haben tatsächlich Diverses probiert, um irgendwie doch noch Fingerabdrücke sichtbar zu machen bei ihr. Also von den Computer neu starten, über an den nächsten Computer gehen, den Sensor raus- und reinstecken mehrmals, bis hin zum, sie haben den Chef geholt. Und der kam dann auf die grandiose Idee, die junge Dame doch mal zu fragen, ob sie nicht mal die Hände waschen kann. Weil das ist ja bestimmt nur irgendwie Dreck, was da drauf ist. Und glücklicherweise ist Sekundenkleber so, dass wenn man einmal drauf ist, der hält halt schon ein paar Stündchen. Also am nächsten Tag brückelt er langsam ab. Aber tatsächlich, das Waschen hat irgendwie auch nichts geholfen. Sie hat weiterhin keine Fingerabdrücke auf dem Sensor hinterlassen und war somit auf jeden Fall definitiv die erste Person in Deutschland, die einen fingerabdruckfreien Reisepass damals erhalten hat, obwohl sie theoretisch Fingerabdrücke gehabt hätte. Funktioniert immer noch. Also wir haben auch schon öfter Anfragen gekriegt, wenn es halt darum ging, ich muss mir jetzt einen neuen Pass holen, was mache ich dann, dass ich meine Fingerabdrücke nicht abgeben muss. Und das ist auf jeden Fall immer noch so der beste Rat. Es ist halt einfach, man kann es relativ selber machen, es ist relativ ungefährlich und halt auch nicht schmerzhaft im Gegensatz zu manchen anderen Methoden, wenn es dann irgendwie darum geht, mit Schmirgelpapier oder Ätzen, Säure und so weiter auszumachen. Hat jemand das schon mal bei den USA probiert hat? Die Frage war, ob das jemand schon mal in den USA probiert hat, ist mir nicht bekannt. Und ich glaube, da würde ich auch tatsächlich dringend davon abraten. Also weil mit denen will man sich halt echt tatsächlich nicht anlegen. Also es würde garantiert gehen. Aber wie gesagt, das ist halt auch nur so weit funktional, wie man verkaufen kann, dass es tatsächlich irgendwie jetzt nicht zusätzlich aufgetragen wurde, um die Abnahme zu verhindern. Also sie hat sich dann auch so ein bisschen irgendwie, ich bin blond, ich bin doof gestellt. Und so halt, ich weiß nicht, ich war gerade, ich bin hier Friseurfachgehilfin oder sowas, hat sich dann eine Story überlegt und gesagt, sie arbeitet halt täglich mit Chemikalien und das hat dann auch funktioniert. Bei den US-Behörden wäre ich mir nicht so sicher, ob sie dich da so einfach durchkommen lassen würden. Also ich vermute mal eher, dann würden sie dich halt richtig befragen und ich glaube, dass du in so einer richtigen Befragung die Story leider nicht aufrechterhalten kannst. Und wie gesagt, es fällt halt schon auf, also man sieht es halt schon. Die Frage war, ob das Einwohner-Meldeamt die Fingerabdücke speichert, tut es einen gewissen kurzen Zeitraum und zwar von der Abgabe bis entweder, bis die Daten zur Bundesdruckerei, danke, zur Bundesdruckerei übertragen werden. Ich glaube aber eher, solange bis die Bundesdruckerei, beziehungsweise bis du deinen Pass abgeholt hast. Weil halt, wenn die Daten verloren gehen oder irgendwie was abstürzt, dass sie dann wie dir immer noch deinen Pass machen können. Sie sind auf jeden Fall verpflichtet, nachdem du deinen Pass abgeholt hast, also spätestens zu dem Zeitpunkt, müssen sie die Daten auch wieder gelöscht haben. Steht zumindest im Gesetz so, aber wie das halt mit Gesetzen so ist, selbst wenn sich die Behörden an die Gesetze halten, kann man davon ausgehen, dass Geheimdienste das irgendwie nicht tun. Das heißt, alle, also es ist jetzt 2015, das heißt irgendwie in drei Monaten, ist die Zehnjahresfrist rum, sodass spätestens in drei Monaten alle von euch, die einen Reisepass, also die irgendwie reisen müssen, außerhalb vom Schengenraum, ihre Fingerabdrücke dann zwangsweise haben, abgeben müssen. Also es gibt, es gibt tatsächlich theoretisch Möglichkeiten, darum rumzukommen. es gibt die Möglichkeit für den Meldestellenbeamten oder die Beamtin, einen Haken zu setzen, dass die Person keine Finger hat oder keine Fingerabdrücke. Das ist halt einfach so, das müssen sie machen, weil es gibt halt immer jemanden, der irgendwie mit der Kettensäge nicht aufgepasst hat und den kann man nicht sagen, wie du kriegst, keine Fingerabdrücke, keinen Reisepass, aber da muss man halt schon, also entweder die Beamten dann kennen, irgendwie nett mit Kaffee und Kuchen vorbeikommen. Das kriegt man sicherlich irgendwie hin, aber es ist halt jetzt nicht so straightforward. Dazu auch noch eine, kurze, ganz kurze Story, ganz, ganz neu gerade. Es gab einen Fall in der USA, nee, in Mexiko, wo eine Person Chemotherapie hatte und da gibt es halt irgendwie so ein Fluffy-Finger-Syndrom, wo halt irgendwie die Haut aufschwillt und ganz rot wird und die hat tatsächlich dauerhaft durch diese Chemotherapie ihre Fingerabdrücke verloren und hat sich dann halt irgendwie mit der dortigen Bundesbank, mit der, was, Bundesdruckerei, gestritten, dass sie irgendwie doch einen Reisepass haben müsste und ich glaube, im Endeffekt hat sie es bekommen, aber tatsächlich auch so und die haben es halt erst mal nicht geglaubt und das ist auch, aber jetzt auf jeden Fall halt der erste wirklich bewiesene Fall. Genau, also zu dem iPhone wollte ich eigentlich hier ein bisschen was erzählen, das Verschieben einfach nach hinten, wenn ich dann das Video kurz zeige. Hier wollte ich nur mal auf das rechte Bild eingehen. Das ist das, was ich vorhin kurz meinte, irgendwie nehmt euer Mobiltelefon, tatscht da mal rauf und guckt mal so ein bisschen gegen das Licht. Mobiltelefon Oberflächen sind wirklich die idealen Oberflächen, um Fingerabdrücke abzunehmen, also um diese Fettrücksterne sichtbar zu machen. Man muss da halt irgendwie keine Farbpulverspäne rüber machen und wie kein Sekundenkleber auf sein Telefon tropfen, sondern dass es tatsächlich dieses Bild ist, einmal Finger raufgelegt und auch nicht so mit irgendwie, ich mach da jetzt mal richtig viel Fett auf das Display, sondern wirklich normal benutzt auf den Scanner gelegt und eingescannt und da kam das Bild bei raus. Also wirklich ideal. So, jetzt, um weiter die Story weiter zu verfolgen, gehen wir noch ein Stück weiter von den biometrischen Merkmalen weg. Also bisher war es so, dass wir zumindestens einen Gegenstand in unseren Besitz bringen mussten, den die Person angefasst hat. Und mit der Technik haben wir das Ganze sozusagen auf unbegrenzte Entfernungen ausgeweitet, weil dieser Angriff theoretisch irgendwie remote erfolgen kann. Und, also das heißt, vom anderen Ende der Welt mehr oder weniger und natürlich irgendwie auch viel besser automatisiert werden kann. Worum es im Speziellen geht, ist, wir machen ein, also wie unschwer zu erkennen, wir machen ein Foto vom Finger. Und zwar halt irgendwie nicht, wir haben einen Fingerabdruck, der halt irgendwo drauf ist, den wir irgendwie noch ein bisschen nachbereiten müssen und dann machen wir davon ein Foto, sondern wir machen direkt von dem Fingerabdruck ein Foto. Die Idee kam mir auch schon vor Jahren auf irgendwelchen Chaos-Veranstaltungen. Easter Egg habe ich irgendwie mit Pox-Sascha da irgendwie schon wirklich vor sieben, acht Jahren oder sowas da mal ein paar Testläufe gemacht, aber halt nie wirklich umgesetzt. Und jetzt haben wir das einfach mal gemacht. Zu den, mit halt richtiger Spiegelreflexkamera komme ich gleich noch. Hier ist es so, dass wir, das ist halt irgendwie so Teil dieses Papers, was ich geschrieben habe oder mitgeschrieben habe, wo wir auf die Gefahren von Mobiltelefonen oder Kameras im Mobiltelefon beziehungsweise erhöhter Auflösung in den Kameras in dem Mobiltelefon für diese biometrischen Merkmale eingehen wollten. Und tatsächlich ist die Auflösung heutzutage für, also zumindest was so Backkameras betrifft, Rückseitenkameras, auf jeden Fall total ausreichend, um da irgendwie biometrische, also Fingerabdrücke abzunehmen. Was da ein bisschen problematischer ist, ist das Licht und zwar, also ihr seht hier, es funktioniert, also man sieht da schön den Fingerabdruck auf der rechten Seite, aber das ist halt schon so ein bisschen gefakt. Also ich habe es wirklich zu Hause auf meinem Schreibtisch gemacht, aber es ist schon so mit, ich drehe die Schreibtischlampe so, dass das im optimalen Winkel, also es geht irgendwie, aber ich würde halt schon zugeben, dass es nicht wirklich praktikabel ist. Mit richtigen Kameras funktioniert das schon besser, aber ganz kurz vorher wollte ich erstmal noch auf die zweite Kamera eingehen, die in so einem Telefon drin ist, also wir haben ja nicht nur irgendwie hinten eine Kamera, sondern seit einer Weile irgendwie auch schon Frontkameras und da diese ganzen Japaner und irgendwie andere Leute gerne irgendwie Selfies machen und mit diesen Selfiesticks dann irgendwie da rumrennen, sind die Frontkameras in den letzten Jahren, also gerade so in den letzten zwei Jahren auch massiv besser geworden und es gibt teilweise irgendwie jetzt auch schon Kameras, die halt Frontkamera in einer ähnlichen Auflösung wie die Backkamera haben, beziehungsweise wo man es so umdrehen kann und als Beiß benutzen. Die Versuche, also sowohl halt das mit dem Telefon, die auf dem Tisch hier machen, Fingerabdruckfoto, als auch das, was ich gleich sagen werde oder erzählen werde, ist mit einer 13 Megapixel Frontkamera. Das ist halt schon so eine der besseren derzeit auf dem Markt, was Frontkameras betrifft, aber wie gesagt, das ist halt auch so ein Moors Law und also die Auflösung, die wird halt irgendwie in den nächsten Monaten und Jahren auf jeden Fall so gut, dass man halt in jeder Standard, in jedem Spannertelefon vorne halt eine ausreichend hohe Auflösung hat. Ja, eine Frage? Die Frage war, Menschen anderer Hautfarbe, ob das genauso funktioniert, habe ich tatsächlich nicht gemacht, nee. Aber kann man ja durchaus mal, also ich kann mir vorstellen, dass es bei, wobei wir Schwarze haben ja auch keine schwarze Innenseite in den Fingern. Das heißt, wie gesagt, habe ich nicht probiert, aber ich denke, das sollte trotzdem funktionieren. Also es geht ja nur darum, dass du halt Kontrast hast und das ist ja weniger unabhängig von der Hautfarbe, solange halt die Belichtung irgendwie gut hinhaut, dass du irgendwie Schatten- und Lichtverhältnisse, Schattenwürfe gut machen kannst. aber kommen wir zurück zu den Frontkameras und zu meinen sehr fotogenen Kollegen und es geht noch nicht um die Gesichtserkennung in dem Fall und es geht auch nicht um die Iris-Erkennung, sondern es geht um das, was sich in der Pupille sozusagen spiegelt und außer diejenigen, die den Vortrag schon gesehen haben, weiß jemand, worum es vielleicht gehen könnte, was man da sieht in der Pupille, nochmal ein bisschen näher heranzoomen. Na, na, na? Das Display, das ist richtig, das ist das Display vom Modul-Telefon und zwar ist es so, man hält ja normal das Telefon so, dass man halt irgendwie auf das Display guckt, die Kamera ist immer schön genau über den Display, das heißt, man hat einen wunderbaren Spiegel oder eine wunderbare Reflexion des Displays über die Krümmung des Auges auf die Kamera und man kann halt mit dieser Reflexion tatsächlich das Display sehen, was man auch noch sehen kann, ist den Finger, der gerade auf dem Touch-Display rumdrückt und wenn man weiß, was das für ein Touch-Display gerade ist, kann man irgendwie relativ einfach feststellen, welche Tasten jetzt gerade gedrückt wurden und das hat uns doch schon relativ verwundert, vor allem weil wir halt, also ich bin halt irgendwie eher so aus der Biometrie-Sache und sage halt immer, irgendwie benutzt keine Biometrie, ist unsicher, ist doof, nimmt halt lieber ein Passwort oder eine PIN und dann finden wir plötzlich sowas, dass irgendwie mit relativ einfachen Mitteln und einfache Mittel heißt halt, du musst halt einmal die Kontrolle über die Kamera übernehmen, was halt nicht wirklich schwer ist, also zumindest bei so Android-Telefonen gleich und hast halt schon Zugriff auf die Bilder und hast halt somit auch mehr oder weniger instantan Zugriff auf alle Eingaben, die passieren und du hast es remote und du kannst es verteilen. Aber wenn man Zugriff auf die Kamera hat, hat man doch wahrscheinlich auch Zugriff auf das Handy allgemein und kann einfach die Tastendrücke so auslesen. Das ist tatsächlich nicht der Fall, aber guter Einwand. Die ganzen, also Touch-Display selber und bei den Schiebetelefonen so die Hardware-Tastatur, die sind in der Regel separat abgesichert, also irgendwie so mit der Trasto beziehungsweise haben einen eigenen kleinen Kernel in dem Betriebssystem vom Telefon, der halt separat abgesichert ist, der auch von der Code-Basis her so klein ist und auch so wirklich intensiv geprüft wurde, dass es dort nahezu unmöglich ist, irgendwie an die Daten zu gelangen. Aber halt sowas wie Kamera-Zugang ist relativ einfach möglich. Also irgendwie, ich habe letztes Mal auch schon das Beispiel gebracht, um die von der, also bei unter Android war es so, dass wenn du dir eine Taschenlampen-App runtergeladen hast, die die Lampe benutzt, die hinter der Kamera ist und die zum Einschalten hast, hast du automatisch auch die gleichen Rechte, also auch Leserechte auf die Kamera selber gehabt. Das heißt, du kannst halt mit, also entweder eine malicious App, die halt irgendwie Sachen verbirgt oder halt mit sogar mit einer ganz normalen App, die halt dir durch Zufall die Rechte gibt, kannst du auf diese Daten zugreifen von der Kamera. Genau. Und wir haben dann halt auch wirklich, also Tests gemacht. Ein Kollege von mir hat da irgendwie halt ein paar Pins eingegeben. Die Software, die er geschrieben hat, hat da irgendwie immer Fotos gemacht und er hat mir dann halt diese Fotos zukommen lassen und ich habe dann halt versucht rauszufinden, über welchen Finger, über welche Taste der Finger denn jetzt ist. Und es war tatsächlich sehr erfolgreich und zwar hatten wir eine Erkennungsrate von über 90 Prozent. Also das halt bei über 90 Prozent der Fälle hat, wo habe ich die eingetippte Zahl im ersten Versuch richtig erraten. In den meisten, also in den Fablinien zehn Prozent war es dann halt in der Regel im zweiten Versuch, nur einmal war es im dritten. Und das ist für so Pin-Eingaben auch total unkritisch, weil du hast in der Regel E-Find-Versuche, die du machen kannst. Das heißt, selbst wenn du halt bei der einen Zahl jetzt nicht sicher bist, ob es eine Drei- oder eine Sechs ist, die getippt wird, versuchst du halt dann einfach beide beziehungsweise nimmst halt einfach mehrere Fotos auf. Also der tippt ja irgendwie seine PIN irgendwie alle halbe Stunde mal an das Telefon und guckst dann halt und überlagerst die, machst da irgendwie das, was man so macht mit mehreren Bildern, die das Gleiche zeigen sollen. Und dann kann man tatsächlich relativ zuverlässig zumindest Pins auslesen. Was auch noch geht, ist, dass man das auch für ein richtiges normales Keyboard, also Querti oder Quertz oder sowas machen kann. Und zwar, also hier sind ja, seht ihr ja, sind fünf Tasten in einer Reihe und über den Abstand und die Reflektion haben wir ausgemessen, dass eine Taste sechs Pixel Breite hat. Für ein Keyboard, also ein normales Alpha, also Tasten, Buchstaben Keyboard, wären es halt zehn Tasten, das heißt drei Pixel Breite und es gab ein paar Chinesen, die ein, die es automatisiert haben und die tatsächlich eine Software hatten, die halt nur drei Pixel Tastenbreite benötigt, um zu separieren, ob jetzt diese Taste oder die nächste gedrückt ist. Das heißt, man kann mit dieser Software und mit unserem Ansatz über das Telefon tatsächlich irgendwie nicht nur Pins, sondern auch wirklich komplette Passwörter oder Texte mitlesen. Wie funktioniert es, wenn es nicht dunkel ist im Raum? Die Frage war, wie gut es funktioniert, wenn es nicht dunkel ist. Das spielt tatsächlich eine relativ untergeordnete, also es kommt nicht wirklich auf das Umgehungslicht an, sondern auf die Helligkeit Displays, dass natürlich das Display sich runterregelt, wenn es außen irgendwie hell ist. Nee, das stimmt gar nicht, das wird auch heller. Also wir haben es unter mehreren Bedingungen versucht. Tatsächlich war es nicht mal im dunkelsten, am sinnvollsten, weil du dann halt irgendwie auch zu viel Überstrahlung hast und wenn du zu viel überstrahlt, siehst du den Finger auch nicht mehr. Also es ging alles mehr oder weniger, also von hell bis dunkel. Ich glaube optimal war es irgendwie leichter, leichtes Dunkel, also so ein leichter Schatten oder sowas. Und natürlich auch, wenn du draußen bist, hast du auch viel bessere Ausleuchtungsbedingungen als irgendwie eine Lampe, einen Spot, der irgendwie drauf leuchtet oder sowas. Gut, genau, weiter, wenn man halt jetzt sagt, na gut, die Kameraauflösung ist nicht hoch genug oder das Display ist zu klein oder wie auch immer, kann man natürlich auch auf größere Displays irgendwie gehen. iPads zum Beispiel oder die ganzen Tablets, die es da draußen gibt. und da hat man halt irgendwie automatisch auch mit niederaufgelösten Kameras hat man halt so ein großes Display und irgendwie auch so ein großes Bild von dem Daumen, dass das da irgendwie eigentlich problemlos möglich sein sollte. Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber ich gehe davon aus, dass es halt nochmal besser ist. Und wenn das auch nicht ausreichen sollte, dann hat man halt irgendwie sowas wie hier. Das heißt, man hat nicht die Reflexion im Auge, die halt dadurch, dass es eine konvexe Form hat, auch noch das alles ein bisschen verkleinert, sondern halt irgendwie einmal ein schönes, Entschuldigung, direktes Abbild von einer flachen, spiegelnden Brille. Und ich meine, was man hier drüben auf der rechten Seite so ein bisschen erkennen kann, ist, dass man tatsächlich, also dass das Keyboard total wunderbar sieht. Man sieht den Finger direkt und man kann sogar schon fast lesen, was er eintippt. Das heißt, da fehlt auch nicht mehr viel an Kameraauflösung, um dann mit Machine Learning oder was auch immer zu versuchen, wirklich das Eingetippte selber in den Text auszulesen. Und das wäre natürlich dann der Tod. Gut, soviel zu den Sachen, die aus dem Paper standen. Ich würde jetzt zur Gesichtserkennung übergehen, falls jetzt dazu nicht noch Fragen sind. Kurzfristig, gut. Und Gesichtserkennung auch nur ganz kurz ansprechen. Also ich hatte ja vorhin so das erste Bild, mit meinem schönen Kollegen gesagt, irgendwie das würde für Gesichtserkennung auf jeden Fall funktionieren. Und das ist halt mehr oder weniger auch bewiesen in dem rechten Bild, dass wir einfach ein Foto von der Person genommen haben und das Foto entweder ausgedruckt oder direkt mit dem Computer oder mit dem Telefon. Also es ging halt teilweise sogar so, dass du, also Android hat vor einer Weile mal Gesichtserkennung als Login-Entsperrung gehabt, dass du mit deinem Telefon ein Bild von einem Bild, ein Bild von einem Bild auf einem anderen Telefon machen konntest und dann halt praktisch das Bild vom Bild der Kamera vorgehalten hat und es halt immer noch funktioniert. Das heißt, da sieht man mal, wie schlimm die Qualitäten sind, um da Gesichter zu erkennen oder was ausreicht, um es zu hacken. Was sie versuchen oder womit sie versucht haben, dem Ganzen ein bisschen entgegenzuwirken, ist die sogenannte Lebenderkennung oder Attrappenerkennung und in dem Fall ist es so, dass die Lebenderkennung oder bei Gesichtserkennung ist es so, dass Lebenderkennung in der Regel Bewegungen entweder des ganzen Gesichts, also sowas wie Kopfdrehen, Nicken oder Bewegungen im Gesicht, zum Beispiel Blinkern oder sowas, erwartet, um halt zu sehen, dass es kein Ausdruck ist, der halt irgendwie nicht blinken kann, sondern halt ein Video oder sowas beziehungsweise tatsächlich die echte Person. Und ich habe das irgendwie früher mit meiner alten Firma mit meinem Kollegen zusammen gemacht, das war einfach irgendwie so ein cooler Hack, dass ich dieses Video auch einfach gern zeigen will. Das ist hier eine Gesichtserkennung. Hier haben wir gerade den Anti-Spoofing eingeschaltet, also halt erhöhte Erkennungsleistung beziehungsweise Sicherheit. Das ist jetzt einmal der Test meinem Kollegen, der irgendwie, das ist grün und Dings sagt, irgendwie ja, ich habe ein Gesicht erkannt. Der Blaue sagt da oben jetzt irgendwie jetzt Blinzeln mal und wenn dieses Blinzeln grün wird, dann wird halt das Gesicht erkannt und gleichzeitig erkannt, dass sich da um eine lebende Person handelt. Und das Ganze versuchen wir jetzt mal mit einer nicht lebenden Person und zwar mit einem Bild, was halt eigentlich nicht funktionieren sollte, weil, wie kommen wir jetzt dazu, dass es blinzelt? Jetzt guckt er erst mal kurz nach dem Gesicht und irgendwann hat er das Gesicht als Gesicht erkannt und fragt irgendwie, jetzt blinzeln doch mal da oben. Und was wir gemacht haben, ist einfach mit dem Stift kurz vor den Augen rumgewedelt. Der Stift hatte, ich weiß nicht, ob es tatsächlich wichtig war, aber halt eine Farbe, die halt der Hautfarbe relativ ähnlich war, sodass halt der Algorithmus einfach kurzzeitig gedacht hat, oh, das Schwarz von den Augen ist irgendwie weg und jetzt ist es auch in einem Hautfarbe, das heißt, da muss halt irgendjemand gerade die Augen geblinzelt haben. Und tatsächlich in dem Fall hat man mit dem einfachen Trick eines Ausdrucks und irgendwie einem Stift davor rumwedeln auch diese Lebenderkennung überwunden. und das ist tatsächlich irgendwie nicht ungewöhnlich. Also halt gerade so die ganzen Lebenderkennungen sind in der Regel eher so Voodoo, die halt versuchen, das offensichtliche Angriffs-Szenario noch ein bisschen abzuschwächen, aber wenn man halt noch ein bisschen drüber nachdenkt, dann kommt man in der Regel auch auf Ideen dazu. Das Ganze war jetzt aus der 2D-Erkennung, 2D-Gesichtserkennung, es gibt auch noch die 3D-Gesichtserkennung. Ganz kurz zur Technik, funktioniert potenziell auf zwei Varianten, einmal der Stereo-Kameras, also halt wie menschliches Auge, man hat zwei Augen, die halt aus leicht versetzten Winkeln auf den Gegenstand gucken und aus diesen Unterschieden in dem jeweiligen Bild kann man in der Praxis die dritte Dimension berechnen. Die andere Möglichkeit ist auf der rechten Seite dargestellt, das ist ein System von Siemens glaube ich mal gewesen, wo sie parallele Linien auf das Gesicht projizieren und immer wenn diese Linien auf eine Unhebenheit, also eine Tiefenänderung treffen, also wie zum Beispiel die Nase, dann sieht es für die Kamera, die dieses Linienmuster aussieht, aufnimmt so aus, als wenn halt da ein kleiner Knick, also ein Winkel sich ergeben hat und aus diesen Winkeln kann man halt irgendwie nachträglich auch die dritte Dimension berechnen, wie halt irgendwie hier auch schon gezeigt ist und tatsächlich zumindest aus der Produktbeschreibung mit einer sehr erstaunlich hohen Tiefeninformation, also sie sagten was von unter einem Millimeter, was ich schon irgendwie echt als ziemlich gut beachte. Oder irgendwie hier Kinect macht was ähnliches, die haben irgendwie so Muster und halt nicht so Linien, aber auf jeden Fall das Verfahren gibt es halt irgendwie öfter und damit kann man halt halt die drei also die dritte Dimension des Gesichts noch mit aufnehmen und dann reicht es natürlich wirklich nicht mehr sich so ein Blatt davor zu halten, also ein Ausdruck, aber was man machen kann, habt ihr sicherlich auch schon einmal irgendwie in Mission Impossible oder irgendwelchen anderen komischen Themen gehabt. Die klassische Latexmaske. Und da ist es so, dass diese Latexmaske, also ich meine, könnt ihr euch einfach vorstellen, sobald ihr halt diese dritte Dimension ordentlich aufnehmen konntet und auch ordentlich nachmodulieren, da gibt es irgendwie inzwischen also 3D-Printer oder einfach Shops, die diese Masken irgendwie auch wirklich genau herstellen und solange euer Kopf nicht eine total andere Kopfform hat wie der Kopf von der Person, die ihr imitieren wollt, sehe ich da keine Schwierigkeit. Ich habe es selber noch nicht gemacht, aber tatsächlich glaube ich nicht, dass das ein Problem darstellen sollte. Da ganz hinten. Wäre es damit auch möglich, weil der Schreibmuster auch mit dem aufzudrucken und dann ja ja doch, wenn du tatsächlich genau weißt, wie das Muster aussieht, dann sollte das gehen. Das ist ein interessanter Ansatzpunkt. Cool, danke. Also der Fall war tatsächlich im Sichtweihenspektrum. Es gibt irgendwie auch Sachen, die Infrarotspektrum haben, aber du kannst natürlich irgendwo auch Infrarot ausdrucken. Da haben wir noch eine. Braucht man wirklich einen Menschen, der die Latexmaske trägt oder reicht auch ein Kopf? Also das ist Das ist auch ein interessanter Punkt. Das kommt drauf an, inwieweit diese 3D-Gesichtserkennung jetzt noch zusätzliche Lebenderkennungsfeatures hat. Also wenn sie zum Beispiel nur sagt, dreh mal deinen Kopf, dann kannst du natürlich irgendwie auch den abgeschlagenen Kopf drehen. Wenn sie sowas wie blinzel mal oder beweg mal den Mund irgendwie verlangt, dann wird es natürlich ein bisschen schwieriger mit irgendwie einem Kopf nur. Juti, das war auch der kurze Ausflug in die Gesichtserkennung. Jetzt kommen wir zu weiteren blutigen, wenn wir jetzt gerade meinen Kopf aufschlagen waren, jetzt kommen wir irgendwie mit einem Löffel die Augen aus dem Schädel rauskratzen. Das ist aus Demolition Man und den zweiten Fall, den ich jetzt im Video habe, den kennt ihr sicherlich irgendwie auch alle, Minority Report. Genau. Und das ist natürlich so die Sache, wo man, also genauso wie bei der 3D-Gesichtserkennung, wo ich auch sagen würde, damit, also solange sie halt irgendwie nicht noch zusätzliche Lebenderkennung haben wollen, solltest du auf jeden Fall auf der sicheren Seite sein. Das sollte funktionieren, aber das will man eigentlich nicht machen. Und das ist auch tatsächlich überhaupt gar nicht notwendig, das zu machen, weil auch hier tatsächlich ein Ausdruck reicht. Halt nicht so 0815-Ausdruck, sondern man muss da schon noch einen besseren Printer, also einen besseren Drucker haben. Also in dem Fall 1200 dp, also das Bild ist auch schon ewig alt, wo wir das mal gemacht haben. Beziehungsweise im Zweifelsfall so ein bisschen Spezialpapier, weil, erzähle ich euch gleich, warum. Genau, und also wir haben schon vor einer Weile herausgefunden, dass zumindest bei dem Building-System, was wir damals in der Hand hatten, ein Ausdruck reicht. Und jetzt ging es halt darum, mal zu gucken, erst mal wieder, wie nehmen wir denn am sinnvollsten die Merkmale auf. Das heißt, was wir gemacht haben, ich habe mich auf der ICMP letztes Jahr, letztes Jahr, vorletztes Jahr, mit Macke hingesetzt, der hat irgendwie halt so eine Canon D1X, also irgendwie so eine Standard-Spielreflex oder beziehungsweise für den etwas gehobeneren Fotografen, aber sowas, was man sich halt irgendwie immer mal leistet, wenn es ein ein eines Hobby, wenn es einem das Hobby ist, egal. Und was wir gemacht haben ist, ich wollte eigentlich, da wollte ich eigentlich bleiben, was wir gemacht haben, ist halt wirklich mal über eine gewisse Entfernung versucht, ein scharfes Bild der Iris abzubilden. Das heißt, irgendwie haben wir uns hingesetzt, irgendwie die Sonne schön zurückgelehnt und irgendwie erst drei Meter, vier Meter, fünf Meter, sechs Meter, sieben Meter und hat immer irgendwie auf das Auge beziehungsweise auf das Gesicht fokussiert und einfach mal geguckt, bis zu welcher Entfernung denn da noch sinnvolle oder schöne, scharfe Irisbilder dabei rauskommen und wir haben gesagt, so irgendwie alles über sieben Meter mit dem 200er Objektiv, was jetzt irgendwie auch nicht das High-End-Produkt ist, alles über sieben Meter sieht da ein bisschen komisch aus, aber so bis sechs, sieben Meter kann man da auf jeden Fall gut Sachen erkennen. Wir haben natürlich versucht, was ich damals auch schon versucht hatte, mit irgendwie, wir drucken das aus und es hat plötzlich nicht funktioniert und da haben wir uns natürlich erst mal gefragt, warum funktioniert das nicht, bis wir dann irgendwann festgestellt haben, dass der Versuch, den wir damals gemacht haben, mit einer Person vonstatten gegen die blaue Augen hatte und in dem Fall war ich das Versuchskaninchen und ich habe halt braune Augen, also jetzt auch nicht wirklich dunkle Augen, sondern eher so hellbraune, aber tatsächlich ist der Unterschied in den Merkmalen, die das System aufnimmt, so gravierend, dass halt die, also hier sieht man es relativ schlecht auch auf dem Beamer, aber man sieht halt schon, dass die Merkmale, also praktisch diese weißen, Corona-ähnlichen oder Flammen, wie auch immer da, schon ein bisschen unterschiedlich aussehen und dieses rechte Bild ist nicht im optisch sichtbaren Bereich gemacht, sondern im Infrarot-Bereich und wenn die meisten Leute Infrarot-Bereich hören, dann heißt es immer gleich Wärmestrahlung, das ist hier in dem Fall nicht korrekt, das ist der Nah-Infrarot-Bereich, das heißt das, was kurz über dem Sichtbaren liegt, also man hat halt dann das Sichtbare, fängt ja irgendwie auf, wenn man so Wellenlängen betrachtet, im Blauen oder im Violetten an, geht hoch bis zum Roten und gleich nach dem Roten schließt sich das Infrarot an, was halt mehr oder weniger wie sichtbares Licht ist, bloß halt, dass es für den Menschen einfach nicht mehr sichtbar ist, weil seine Rezeptoren im Auge irgendwie auf den Frequenzen nicht mehr funktionieren oder auf den Wellenlängen und das System selber arbeitet halt aber genau in dem Bereich und zwar 850 Nanometer, eine sehr brauchbare oder sehr gängige Wellenlänge, weil es da gibt schon seit Ewigkeiten gute LEDs und auch eine normale Kamera, also ein Silizium-Chip kann auf 850 Nanometer dann auch wunderbar ist noch, also kann auch Bilder aufnehmen und genauso haben wir irgendwie auch die Bilder dann danach aufgenommen und zwar haben wir uns ein Infrarot-LED genommen aus so einer Überwachungskamera, da war irgendwie so ein Bansch, die man einfach anstöpselt und die hat irgendwie halt ewig viel Power. Man sieht es halt gar nicht, wenn man reinguckt, weil es halt Infrarot, also man kann halt so einen leichten Rotschimmer noch erahnen, aber tatsächlich, das Infrarot selber ist für das Auge halt einfach nicht da. haben dann eine Kamera genommen beziehungsweise einfach aus einer normalen Kamera den Infrarot-Filter, also da ist halt ein Silizium-Chip drin, der halt normalerweise mit Infrarot-Filter alles Licht, was überhaupt dem sichtbaren Licht ist, einfach wegfiltert. Den haben wir einfach entfernt und haben stattdessen einen Filter genommen, der halt alles, was sichtbar ist, wegfiltert. Das heißt, wir haben halt nur noch den Infrarot-Bereich gehabt und haben halt damit dann einfach auch Bilder aufgenommen und dann auch festgestellt, dass das für schwarze Augen dann folgendermaßen aussieht. Das ist ein Gerät, was wir uns dazu extra, beziehungsweise mein aktueller Arbeitgeber hat das finanziert, ist jetzt irgendwie nicht mehr das Allerneueste, aber irgendwie mit 1200 Euro schon durchaus nicht die Low-End-Variante und tatsächlich zumindestens, was meine persönliche Erfahrung betrifft, das System, was am häufigsten eingesetzt wird. Also ich habe das irgendwie in Deutschland tatsächlich schon zweimal gesehen, wohingegen halt irgendwie so andere Systeme hat man halt irgendwie ganz selten. So Iris-Erkennung ist wirklich nicht weit verbreitet. Wie gesagt, durchaus nicht die billigste Variante und was wir getan haben, ist ja gerade schon gezeigt, das Auge im Infrarot-Licht aufzunehmen und jetzt versuchen wir, das mal davor zu halten beziehungsweise erst mal irgendwie wieder, ich zeige hier, dass es mit meinem Gesicht funktioniert und das ist jetzt der Ausdruck. Dauert ein bisschen länger, aber funktioniert halt trotzdem. Und das war halt irgendwie auch so ein, du nimmst einen 1200 DPI-Drucker, schwarz-weiß Ausdruck und das hat halt einfach funktioniert. Und es hat halt irgendwie nicht nur für die hellen Augen funktioniert, sondern auch für dunkle Augen, also dunkelbraune bis hin zu, also wir haben einen Kollegen, der innen da ist, also bis hin zu wirklich schwarzen Augen, wo dem sichtbaren Bereich einfach, das ist einfach schwarz, aber tatsächlich im Infrarot-Bereich hat man dann auch wieder diese Merkmale da und auch da kann man mit der Infrarot-Kammer wunderbar Sachen aufnehmen. Sieht halt an der Grenze dann so ein bisschen blöd aus, wenn man irgendwie mit so einem Stück Papier vor seinem Gesicht hin und herwedelt. Das musste ja passieren. Deswegen natürlich auch so die Frage, wie man das im Zweifelsfall ein bisschen unsichtbarer gestalten kann und sehr offensichtlich dabei ist natürlich die Idee, das auf eine Kontaktlinsen zu drucken. Es gibt tatsächlich auch Kontaktlinsen, also wie hier mal gesehen, die halt so ein Iris-Muster, in dem Fall halt ein pseudogeneriertes, also ein selbstgeneriertes Iris-Muster aufdrucken können. Aber man kann halt sehr wohl auch einfach hingehen und eine PNG-Datei den hinwerfen und sie drucken dann halt eben für dich das spezielle Iris-Muster, was du auch immer haben willst. Und vielleicht will man ja irgendwann mal Frau Merkel sein. Ja, irgendwie, ich habe ja gerade gesagt, irgendwie auf der ICMP haben wir das irgendwie mal mit Fotoapparaten und sowas probiert und das ist halt alles immer so, naja, es sind halt Laborbedingungen. Da steht halt einer, es ist alles ruhig, es ist schönes Wetter, die Sonne scheint, wir hatten dann vorher ein paar Drinks gehabt und so weiter und da funktioniert natürlich alles immer wunderbar und wir wollten aber natürlich auch wissen, ob das nicht in der Realität vielleicht genauso funktioniert und haben uns dann mit einem Journalisten und einem Fotografen zusammengesetzt und die doch mal gefragt, geh doch mal hier zu so einer Bundespressekonferenz, stelle ich doch mal in die erste Reihe beziehungsweise in dem Fall war es eher so die zweite, dritte, vierte Reihe und zwar dieses Foto ist aus fünf Metern Entfernung gemacht worden, auch wieder mit so einer Canon D1X, also wie gesagt, ist halt so die Standardkamera für Leute, die ein bisschen sich damit auskennen und in dem Fall aber mit einem 560 Millimeter Objektiv, also es war halt dann schon irgendwie so der Oschi, so High-End, wäre aber nicht mal nötig gewesen, komme ich später noch drauf, wieso nicht und das ist halt irgendwie mal ran gesoomt, das heißt, da kann man irgendwie auch wunderbar sehen, diese Strukturen und glücklicherweise hat halt Frau Merkel auch helle Augen gehabt, wenn sie halt keine hellen Augen gehabt hätte, hätte man halt einfach das Equipment irgendwie umbauen müssen, das heißt, man hätte dann den Infrarotfilter wechseln müssen und dann macht man halt gleich das Bild im Infrarotbereich, aber für Frau Merkel hat das auch so wunderbar funktioniert und was ich vorhin ja gezeigt habe mit dem hier, dass wir halt über eine gewisse Distanz irgendwie auch die Durchmesser der Iris aufgenommen haben und der Test mit dem Gerät war gewesen mit einer Iris-Durchmesser von 75 Pixel, was halt ungefähr einer Entfernung von 6,5 Metern entspricht, das heißt, so 75 Pixel, könnt ihr euch einfach merken, war irgendwie auch so die Grenze so darunter hat es dann irgendwie trotz irgendwie hochqualitativen Ausdruck und sowas nicht mehr zuverlässig funktioniert. Aber glücklicherweise dieses Foto halt wie gesagt 5 Meter Entfernung mit einem richtig guten Objektiv hat eine Pixelbreite, eine Irisbreite von 110 Pixel, das heißt, da hätte man locker irgendwie auch nochmal 2, 3 Meter zurückgehen können, das hätte immer noch funktioniert. Und dann kam uns so die Idee, naja, man muss ja nicht immer irgendwie auf diese Bundespressekonferenzen gehen, weil das fällt ja dann schon auf, wenn man irgendwie immer genau auf die Augen zielt und da gibt es ja auch andere Fotografen, die dann von hinten den Fotografen über die Schulter gucken und das sieht halt dann bestimmt komisch aus. Und da haben wir uns dann gefragt, wo gibt es denn noch so Bilder von Politikern und sind auf Wahlplakate gekommen, also ihr kennt Dinger, die am Straßen, also die Straßenränder verschandeln in 4 mal 8 Metern mit irgendwie nur einer Fresse drauf und die Fresse ist dann natürlich irgendwie hochauflösend und ich glaube, dieses Bild hatte sowas wie 9000 mal 3000 Pixel oder sowas oder noch viel mehr, keine Ahnung, aber auf jeden Fall irgendwie sehr, sehr hoch und wenn man da mal ein bisschen ranzoomt, dann sieht man auch wieder die Iris wunderbar abgebildet und in dem Fall hat sie sogar 175 Pixel gehabt, also irgendwie halt weit über dem, was man haben will und weiß nicht, ob euch das irgendwie aufgefallen ist, guckt mal auf die auf die Tränensäcke, also entweder gut wegretuschiert oder sie hat tatsächlich mal geschlafen, gut, zu der, nee, auch auf einen anderen Vortrag gehe ich nicht, also ich habe den das öfteren gehalten, der kam irgendwie ziemlich gut an immer, Die Frage ist, ob Photoshop ein Problem ist, weil die Augen verändert wurden, inwieweit ein Problem? Also tatsächlich, also die Frage ist, ob irgendwie so Dimensionsänderungen oder irgendwie aufhübschen irgendwie ein Problem ist, es wird ein Problem, sobald du halt wirklich Dimensionen in einer Richtung veränderst, also irgendwie stauchen oder stretchen oder sowas, oder wenn du halt mit irgendwie so Blowing arbeitest, also wo halt wirklich Informationen verloren gehen und in dem Fall kann es auch durchaus sein, dass sie dort einfach die Iris mit irgendwie Filtern belegt haben, weil tatsächlich, was ich versucht habe, was irgendwie im Anschluss an einen Vortrag, den ich vor ein paar Monaten mal gehalten habe, irgendwie auch eingewendet wurde oder beziehungsweise einfach mal gefragt wurde, kann man nicht einfach dieses Bild mal nehmen und das dem System als Referenz geben, also einlernen und dann dieses Bild nehmen und versuchen halt irgendwie diese beiden Merkel-Bilder gegeneinander abzugleichen und das hat tatsächlich nicht funktioniert. Das ist bei Biometrie ja immer so oder beim Hacken von Biometrie immer so eine Frage, warum das nicht funktioniert hat. Ich weiß es nicht, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass sie hier irgendwelche Filter, also es sieht halt auch so, wenn man genau hinguckt, ein bisschen anders aus und irgendwie auch so schärfer, das heißt, vielleicht haben sie da tatsächlich irgendwas gemacht. Nee, ist tatsächlich, also bei dem Bild bin ich mir auf jeden Fall sicher, aber bei dem Bild bin ich mir nicht sicher, ob es wirklich Merkels Augen sind, was die Frage war. Vielleicht gibt es auch ein Merkel-Augen-Model oder sowas, keine Ahnung. Daneben. Kannst du nochmal? Unwa- Hat die eine Brille? Nee, ich glaube nicht. Also und wenn, dann wären es halt irgendwie durchsichtigen Kontaktlinien, die sind auf jeden Fall kein Problem. Hier vorne? Kann es vielleicht sein, dass die Augen wieder den oberen Teil ... Nee, die Frage war, ob es ein Problem ist, dass die Augen wieder den oberen Teil verdecken. Das habe ich da tatsächlich auch mal ein bisschen probiert. So, wenn drei Viertel der Augen zu sehen sind, ist es okay, so bei einem Drittel Verdeckung wird es dann so langsam kritisch, aber die, also dadurch, dass man halt irgendwie auch die Augen normalerweise halt nicht komplett offen hat, sind die Systeme auch schon darauf ausgelegt, irgendwie bei, nur so halb geöffneten Augen irgendwie noch zu funktionieren. Also das ist tatsächlich nicht das Problem gewesen. So, ich werde mich jetzt doch mal ein bisschen ranhalten und das nächste Bild weiß nicht, das ist immer so ein bisschen die Frage, ob man das auf so einen Vortrag irgendwie zeigen sollte. Ich habe es beim ersten Mal tatsächlich gezeigt und beim nächsten Mal dann irgendwie war es mir ein bisschen unangehörig. Ich habe mal gefragt, ob man da nicht vielleicht irgendwie noch was machen soll. Und zwar, es geht darum, die Idee, also mal rauszufinden, wo man halt noch von berühmten Persönlichkeiten hochqualitative Bilder hat und da sind wir dazu drauf gekommen, also wir wollten halt Bewegtbilder haben, dass 4K-Movies halt irgendwie eine gute Möglichkeit werden oder irgendwie heutzutage 8K-Movies und zu dem Zeitpunkt war die einzige wirklich präsente Quelle für 4K-Movies waren Pornos. Von daher haben wir uns halt tatsächlich irgendwie auch wirklich ein bisschen Porno auf Arbeit angeguckt, aber halt wirklich nur aus rein wissenschaftlichen Gesichtspunkten und man, also es ist tatsächlich nicht so einfach, wie man denkt, also es gibt so ein paar wirklich gute Shots, aber Mann! Ne, die sind tatsächlich aus dem Internet gefallen. Ne, ne, also wir haben schon echt absonderliche Kosteneinreichungen und mein Kollege hat sich mal Gummihandschuhe und eine heiße Wiener in der Tanke gekauft, weil wir halt so Fingerabdrücke, warme Finger nachmachen wollten und hat irgendwie auch zur Sekretärin gegangen und hat irgendwie die Abrechner mitgemacht und die haben uns irgendwie auch schon echt komisch angeguckt. Ah, ne, Kondome und wo, keine Fingerhandschuhe, Kondome waren es gewesen. Von daher dann schon irgendwann doch, ja. Okay, kommen wir zum letzten, zu dem letzten Akt. Das gleiche, was wir für Iris gemacht haben, haben wir zu ICMP damals irgendwie auch für die Fingerabdrücke gemacht, das heißt, wieder hingesetzt, irgendwie ganz locker, Bild gemacht, Meter zurückgegangen, nochmal ein Bild gemacht und sind da zu einem Ergebnis gekommen, das tatsächlich auch, also das ist eines jetzt aus drei Metern Entfernung, das ist aus sieben Metern Entfernung, wo man einfach noch irgendwie die meisten Strukturen halt wirklich wunderbar sieht. Auch wieder so eine D1X mit einem 200er Objektiv, das heißt da irgendwie auch tatsächlich relativ gute Ergebnisse. Wir hatten ja vorhin, was um die Iriserklärung geht, schon gesagt, naja, nehmen wir halt Infrarotlicht oder Infrarotkameras, da wir die Kamera nun schon mal rumzuliegen hatten, haben wir auch gleich mal versucht, wie dann so Fingerabdrücke im Infrarotlicht sind und tatsächlich nochmal viel besser, das in der Mitte ist jetzt aus sechs Metern Entfernung und man sieht halt wirklich die Kontraste, also genau das wichtig ist und da kommt auch wieder die Frage mit irgendwie Menschen anderer Hautfarbe, im Infrarotbereich sieht das halt alles nochmal ganz anders aus als wirklich im sichtbaren Bereich, also ich bin mir sicher, dass man auch für anders andere Hautfarben irgendwie da gute Ergebnisse erzielen kann. Und wie gesagt, irgendwie das aus sechs Metern und was ihr daneben seht, ist halt praktisch so die Repräsentation der Attrappe selber, also das ist praktisch dieses Ding, was wir damals hier für Schäuble auch mitgeliefert haben, das kann man einfach auf dem Laserprinter ausdrucken, Holstein raufschmieren und dann hat man fertig die Attrappe. Auch hier wieder, wie bei der Iris, alles in der Theorie, mal wie sieht es denn in der Praxis aus, ähnliches Szenario, auch wieder Bundespressekonferenz. Diesmal war das Opfer nicht Frau Merkel, sondern Frau Dr. van der Leyen, also die immer noch amtierende Bundesverteidigungsministerin, trotz G36 und was noch immer. Und auch hier wieder eine D1X Kamera mit einer 200mm Lins und in dem Fall war es tatsächlich drei Meter. Also es war bei dieser Bundespressekonferenz sitzen halt irgendwie vorne die Damen und Herren aus der Politik oder ihre Sprecher, wenn die Politiker sich mal wieder nicht trauen oder nichts zu sagen haben oder was aussitzen wollen und die Fotografen sitzen dann halt so in den ersten zwei, drei Reihen und der Fotograf war halt irgendwie drei Meter Entfernung, das heißt so die erste Reihe und hat halt auch mal nicht auf das Gesicht versucht zu fokussieren, sondern mal geguckt, ob er Fingerabdrücke aufnehmen kann und dabei kam das raus, das ist jetzt praktisch reingezoomt in dieses Bild und auf der rechten Seite wieder die Repräsentation. Die hat halt noch so ein paar weiße Stellen, aber diese weißen Stellen kann man durchaus fixen. Also erstens sind sie nicht so wichtig, weil sie halt an relativ unwichtigen Stellen des Fingers sind. Also da kommt es halt hauptsächlich darauf an, dass in dem Mittelbereich das irgendwie gut aussieht und das tut's und selbst wenn sie wichtig wären, dann macht man halt wieder nicht nur ein Bild, sondern macht halt irgendwie drei, vier, fünf Bilder und irgendwann hat man dann auch mal die jetzt hier weißen Stellen im Fokuspunkt, also sind dann deutlich zu sehen und können halt dann auch genutzt werden. Do the Internet, auch wieder, also jetzt nicht Porn, sondern also Fingerporn, einfach mal auf Flickr, Google Image Search oder was auch immer, mal nach Fingertipp und Makro oder sowas suchen und da kommen halt irgendwie auch wunderbare Bilder raus, wo halt Leute auch so ohne es zu wissen, freiwillig ihre privatesten biometrischen Merkmale abgeben und zusätzlich meistens sogar noch ihren Namen ranpinseln, weil irgendwie bei Flickr heißt dann irgendwie der Benutzer und wie auch immer. Ja, das Video lassen wir einfach weg, aber wir schließen mit den Simpsons und zwar geht's ja nicht nur darum, dass man auch Fingerabdrücke nachbilden kann, um als eine andere Person durchzugeben, sondern manchmal will man halt einfach auch nicht erkannt werden, was wir vorhin hatten, Fingerabdruck, Sekundenkleber rüber, wenn man keinen Sekundenkleber zur Hand hat oder so ein bisschen dumm wie Hummer ist. Now listen, all the drugs we want are right across the border. I have a friend who will help us. The border, eh? And I'd better sand off my fingerprints. Oh! Oh! I could just wear gloves. Nah, they're upstairs. Und damit, beziehungsweise mit dem nächsten Bild will ich dann enden. Und das heißt, irgendwie Frau Merkel nochmal als Abschluss, jetzt wissen wir auch, warum sie immer so dasteht, weil sie einfach schon geahnt hat, dass wir an ihre Fingerabdrücke wollen. Damit wäre ich fertig, wenn es noch Fragen gibt, gerne Fragen oder ansonsten dann zur Bar und Schunktrinken da vorne. Vielen Dank. Ich habe mal von sowas gehört, dass man, dass quasi die Adern im Finger ziemlich einzigartig sind und gibt es da schon irgendwelche Exploits oder wird das eingesetzt? Du redest von Venenerkennung, also halt tatsächlich die venösen Blutgefäße im Finger oder Handfläche, Handrücken ist da sehr beliebt. Gibt es Systeme, sind auch tatsächlich erstaunlich weit im Markt vertreten schon, wie ich inzwischen festgestellt habe. Also in Japan zum Beispiel Geldautomaten ganz viel. Sollte auch nicht so einfach sein, habe ich aber tatsächlich bisher noch nicht geschafft zu überwinden. ich habe so ein System zu Hause und irgendwie so erste Erfolge auch schon mal gemacht, aber ich komme halt leider gerade überhaupt gar nicht dazu, da irgendwie weiter zu forschen. Man kann davon ausgehen, dass man zumindest die Attrappe selber relativ einfach irgendwie bauen sollte, also es ist wahrscheinlich wirklich nur ein Ausdruck des Venenmusters, da ist halt eher so das Problem, wie kommt man an das Venenmuster ran, also da kann man irgendwie auch wieder Bilder machen, beziehungsweise was es dort gibt, was ich gefunden habe schon, es gibt für Krankenhausassistenzen, die halt irgendwie Kanülen legen müssen, wenn sie halt die Venen nicht finden, gibt es halt irgendwie so ein Gerät, wo du halt irgendwie auch wieder mit Infrarotlicht drauf leuchtest, das wird halt teilweise absorbiert von dem Blut, also genauso auch wie der Venenscanner selber funktioniert und das zeichnet dir praktisch dann mit so einem kleinen Taschenbeamer das Venenmuster rauf. Also bei Finger ist vielleicht die Auflösung nicht groß genug, aber gerade so Handfläche und Dings, da sollte man damit relativ gute Ergebnisse erzielen, was ansonsten auf jeden Fall geht, ist, dass du mit einer Infrarot-LED durch den Finger leuchtest und mit einer Infrarot-Kamera dunkel hast, das sind halt alles so Verfahren, die halt auch nicht so wirklich praxistockt sind, also ich habe da schon durchaus relativ sinnvolle Ergebnisse oder gute Bilder gekriegt, aber und man kann sich da sicherlich auch Szenarien vorstellen, wie irgendwie an einer Tür oder an so einer Stange, wo man eine Tür hat, man hinter eine LED sieht man nicht vorne einen kleinen CCD-Chip, das geht irgendwie alles, aber es ist halt nicht so richtig massenkompatibel, wie halt zum Beispiel Fingerabdruck bei Google-Image-Search zu suchen. Bevor ich jetzt die Schleifmaschine auspacke, habe ich mitbekommen, dass manche Fingerabdrücke sollen auch ein Problem mit Handlotion beitragen? Die Frage war, ob man sich die Fingerabdrücke tatsächlich abschleifen muss oder irgendwie nicht auch schon Handlotion reicht. Tatsächlich ist es so, dass die meisten, also wenn ihr so ein System, also ein iPhone zum Beispiel oder sowas habt, einfach mal Fett eincremen, dann wird es halt nicht funktionieren. Das ist halt aber, also das fällt halt auf. Also wenn du damit halt zum Pass beantragen gehst, dann sagen sie, naja, dann wischen sie sich doch mal. Also die sagen auch tatsächlich, wenn der Finger zu trocken ist, also dann ist dann auch das Bild schlecht, also es ist dann ganz hell, sagen sie, hauchen sie doch mal ihren Finger an. Wenn er irgendwie zu schwarz ist, also zu viel Fett ist oder zu viel Feuchtigkeit, dann wischen sie doch mal ihren Finger an der Hose. Das sind doch tatsächlich Sprüche, die die Meldestellenbeamten dann irgendwie dir zuwerfen und dann funktioniert das natürlich nicht mehr. Also sobald du es einmal abgewischt hast, dann ist es wieder gut. Judi, dann danke ich euch nochmal und ja, wie gesagt, gleich an der Bar gibt es schon. Vielen Dank. Applaus